Herzlich willkommen zum Konsumcast. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zürcher Pressevereins ZBW und der Zürcher PR-Gesellschaft als Ersatz für den auch in diesem Jahr nicht stattfindenden Communication Summit. Heute beleuchten wir einmal ein Medium, das eigentlich schon recht alt ist, sich aber immer wieder neu erfunden hat und gerade in der Corona-Krise wieder besonders wichtig war, nämlich das Radio. Bei mir als Gast ist Heidi Ungere, sie ist Programmleiterin Radio SRF 1 und stellvertretende Bereichsleiterin Radio SRF. Früher war sie in verschiedenen anderen Medien tätig, als Wirtschaftsjournalistin zum Beispiel beim European Business Channel, als Moderatorin beim damaligen Radio Z oder als publizistische Tagesleiterin von DRS 1. Wir kennen uns seit Jahrzehnten, also bleiben wir deshalb beim Du, Heidi. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Hallo, Reto. Hallo, Heidi. Diese Frage stelle ich jetzt all meinen Gästen. Was hat Corona dich persönlich gelehrt? Ganz vieles, würde ich sagen. Also eines ist sicher, dass ich gemerkt habe, wir sind ein kleiner Punkt im Universum und eigentlich ein Nichts und es hat da ganz andere massive Kräfte, die dafür sorgen können, dass wir Menschen in kürzester Zeit eigentlich gar nicht mehr funktionieren können, wenn es denn sein muss. Also das hat bei mir so eine Demut und Dankbarkeit ausgelöst. Ich war schon immer dankbar eigentlich für mein Dasein und nehme das überhaupt nicht selbstverständlich. Aber in diesem Fall hat es einfach dieses Demutsgefühl auch noch verstärkt. Auf jeden Fall. Und ist deine Sicht jetzt zum Beispiel auf Krankheiten oder überhaupt auf das Leben anders geworden in dieser Zeit? Sind doch jetzt schon fast zwei Jahre oder über zwei Jahre. Ja und nein. Ich muss sagen, dass ich in dieser ganzen Zeit nicht wirklich von Ängsten begleitet war. Ich fand es eine außerordentliche Zeit. Ich konnte mich aber auch gut so distanzieren zum Ganzen innerlich, konnte das auch so ein bisschen an mir vorbeiziehen lassen und war wirklich nicht angstgetrieben. Und das hilft natürlich, weil ich gehe einfach davon aus, dass das Leben endlich ist auf dieser Erde, was immer dann nachher kommt. Und es gehört irgendwo auch zur Bestimmung, ob man jetzt auch da in dieser Pandemie da bleiben darf oder nicht. Also ich sehe das irgendwo mit einer rechten inneren Distanz. Und so gesehen hat es meine Sicht aufs Leben nicht wirklich verändert, ausser, dass ich einfach finde, es ist nicht selbstverständlich. Und das hat diese Pandemie noch deutlicher gezeigt. Und hast du eigentlich auch mehr Zeit gehabt für dich? Oder ich komme ja nachher aufs Radio. Oder hat das Radio sich so stark dich herausgefordert jetzt in dieser Zeit, dass du gar keine Zeit hattest, zum Beispiel über das Leben nachzudenken, über neue Perspektiven? Oder hatte man wirklich mehr Zeit in dieser speziellen Zeit? Ja, es hat schon auch mein Leben beruhigt. Also ich war natürlich mehr zu Hause im Homeoffice, hatte aber auch immer wieder Gründe, um ins Studio zu gehen. Also ich wollte auch meine Leute da unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Das finde ich ganz wichtig. Aber es hat schon eine allgemeine Beruhigung eingesetzt. Also auch bei mir. Und vor allem habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach, mit sich selber zu sein, eben wenn man dann so tagelang zu Hause ist. Ich selbst habe auch Corona gehabt und war dann wirklich in dieser Quarantäne. Und da habe ich gemerkt, es ist nicht so einfach, mit sich selbst zu sein. Obwohl ich immer gedacht habe, das ist kein Problem. Aber es war dann eben doch nicht so. Man wird auf sich selbst zurückgeworfen. Genau. Man muss sich völlig neu ausrichten. Sprechen wir über das Radio. Man muss sagen, du bist ja nicht zuständig jetzt für die Informationssendungen. Das läuft über die Chefredaktion. Aber für den Rest, wie hat sich jetzt das Radio geschlagen in dieser Corona-Zeit? Das Radio hat eigentlich ein Revival erlebt, könnte man sagen. Die Menschen waren extrem dankbar, dass wir da waren, dass Menschen mit ihnen gesprochen und kommuniziert haben. Wir haben sehr viele interaktive Sendungen gemacht und da kam diese Dankbarkeit auch immer rüber. Also ich habe SRF 1 so ein bisschen als Lagerfeuer der Nation gesehen in dieser Zeit. Und natürlich war es auch ein Ventil. Die einen haben uns geschrieben, waren dankbar auch für Sendungen, die mal gar nichts mit Corona zu tun hatten. Einfach für gute Energie, die rüberkam von den Moderatoren, Moderatorinnen auch. Und natürlich war es auch ein Ventil für frustrierte, für Menschen, die depressiv waren in dieser Zeit. Also da kommt wirklich alles direkt ins Spiel. Ich habe das ja gesagt, wenn man in der Quarantäne ist, da ist das Radio unter Umständen, zusammen vielleicht mit dem Fernseher oder anderen Kommunikationsmitteln, das einzige Kommunikationsmittel ist. Ja, es ist wie ein Begleiter im Alltag. Es ist ganz nahe, ein Freund, der immer da ist und einem auch ablenkt, denke ich, Emotionen rüberbringt. Das ist ja eine Stärke des Radios. Also Corona hat uns eher in die Hand gespielt und auch die Nutzung ist in dieser Zeit gestiegen. Und habt ihr jetzt das Programm irgendwie angepasst aufgrund der Situation? Gab es neue Sendungen, andere Sendungen, andere Schwerpunkte? Ich denke, in der Tonalität haben wir angepasst. Also wir haben oft darüber gesprochen, in welcher Tonalität gehen wir raus zu den Menschen. Was ist es, was unser Publikum im Moment möchte? Was braucht es? Wir haben bewusst eben viele interaktive Sendungen gemacht, vielleicht auch mal ein Wunschkonzert mehr, vielleicht auch ein Thema, wo die Leute wirklich mitpartizipieren konnten. Aber wir machen das sowieso sehr oft. Das läuft ja über Telefon, da kann man sich wirklich, also das Radio ist sehr ein interaktives Medium, war es schon immer und das habt ihr jetzt eigentlich noch ein bisschen gefördert. Ich denke, es ist unheimlich schnell. Im Moment kommunizieren wir über alle Kanäle. Facebook über Mail, Telefon, das ist noch das Älteste eigentlich. Und sogar WhatsApp-Nachrichten. Also das ist auch eine grosse Herausforderung. Aber man kommuniziert über so viele Kanäle und ist in Dauerkontakt mit dem Publikum. Und was will jetzt das Radiopublikum in einer solchen Krise? Wollen Sie mehr Information? Das wären dann mehr die Informationssendungen. Wollen Sie mehr Talk? Wollen Sie mehr Musik? Mehr Begleitung? Was sind die Wünsche des Publikums? Es ist beides. Ich denke mal primär sind die Informationssendungen, die Nachrichten natürlich wichtig. Man will wissen, was hat sich wieder getan? Was ist der neuste Stand? Aber dann schon auch ganz bewusst mal was anderes. Ein anderes Programm, andere Themen. Ein Kontrastprogramm. Ein Kontrastprogramm. Genau, genau. Also wir hatten wirklich in dieser Zeit bewusst auch ganz andere Themen gesetzt, weil die Menschen auch einfach geschrieben haben, hört auf mit Corona, es ist zu viel, wir haben genug. Also auch Unterhaltung war gefragt, auf jeden Fall. Und jetzt hast du gesagt, ein Revival des Radios. Aber gleichzeitig gibt es natürlich jetzt die sozialen Medien. Man ist auf Instagram, auf Facebook, überall. Ist das eine echte Konkurrenz fürs Radio? Kann das Radio noch bestehen bei all diesen sozialen Medien? Man kann sich ja immer wieder miteinander verknüpfen mit Leuten, ohne jetzt unbedingt das Radio zu gebrauchen. Ja, man hat das Radio schon mehrmals tot gesagt. Du weisst das, du kommst ja ursprünglich vom Radio, du kennst das. Man hat schon gesagt, wenn es ins Fernsehen gekommen ist, das Radio hat keine Chance mehr und es lebt immer noch. Es hat immer noch, es hat immer überlebt, es lebt immer noch, es lebt sehr gut und ich glaube, es wird noch lange leben. Einfach darum, weil Radio live ist, wenn es ein gutes Live-Radio ist, wirklich mit den Menschen spricht. Man hat seinen Lieblingsmoderator, Moderatorin, man kann Fragen stellen. Eben heute ist das Publikum voll da, will mitreden, gibt uns auch Themen zurück. Es ist nicht so, dass wir wie früher einfach sagen, was wir für wichtig erachten, sondern das Publikum will wirklich mitpartizipieren. Das hat sich ganz stark verändert. Und diese Lebendigkeit, die kann dir kein Podcast halt geben oder auch auf Social Media hat man nicht diesen Respond. Also ich denke, wenn es gut gemacht ist, wenn man diesen, wir sagen immer so den Amplified Moment, diese Emotionalität rüberbringen kann, dann hat Radio noch viele Jahre in Zukunft. Weil SRF 1 ist jetzt nicht der Sender, der gerade das jüngste Publikum anspricht in diesem ganzen Angebot. Würdest du sagen, das ist doch noch ein bisschen etwas anderes, wenn man auf SRF 1 mit dem Publikum interagiert oder die Wünsche sind doch dort etwas anders als jetzt zum Beispiel bei SRF 3 oder auf Virus? Ja, natürlich. Also das merkt man, dass wir ein Publikum haben, das sage ich jetzt ein bisschen reifer ist, 50 plus anspruchsvoller auch, sehr sogar. Also Fehler werden sofort bemerkt, korrigiert. Die Leute wollen wirklich auf hohem Niveau auch mitdiskutieren, das merken wir immer wieder. Zu seichte Unterhaltung, das wird auf dem 1 nicht gutiert. Wir sind ja auch der Informationssender. Und die Tonalität, wie muss die sein? Weil man hat ja oft das Gefühl, morgens, wenn die Morgenmoderatoren, die sind dann immer so fröhlich und aufgestellt und fast dann zwangsneurotisch fröhlich, da bekommt man gleich einen Schock, wenn man einstellt, hat sich die Tonalität verändert? Mussten die Moderatoren so ein bisschen ihre Tonlage verändern in dieser Zeit? Oder will man da erst recht positiv und mit Schwung in den Tag begleitet werden, wenn die Krise herrscht draus? Ja, also ich denke, zu Beginn der Krise waren ja alle irgendwo fast ein bisschen paralysiert. Also jeder hat da wirklich gekämpft und auch war überfordert, wir alle. Und ich denke, das hat man durchaus an der Tonalität auch gemerkt, die war so ein bisschen gedämpft. Aber mit der Zeit dann haben wir ganz bewusst auf etwas anderes gesetzt und gesagt, es muss nicht übertrieben fröhlich sein, das passt eh nicht zu SRF 1, sondern es ist einfach so eine Positivität, die die Leute ausstrahlen sollen, eine positive Begleitung, motiviert in den Tag, aber nicht übertrieben. Nicht künstlich herbeigezerbt quasi. Also das Publikum merkt schon, ob die Menschen authentisch sind oder nicht. Also da kommt dann schnell Feedback, wenn sie das Gefühl haben, dass sich irgendjemand verstellt am Mikrofon. Musik ist ja beim Radio immer wichtig und ist immer auch wieder eine Frage. Und heutzutage stellt sich doch die Frage, wie macht man eigentlich heute ein Musikprogramm? Braucht es eigentlich bei SRF 1 überhaupt Musik? Also wäre es nicht sinnvoller, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit voll auf Talk zu setzen, Moderatoren, Themen, Diskussionen, Interaktivität und eigentlich die Musik einem Mann, zum Beispiel SRF 3, zu überlassen? Nein, ich denke nicht. Also die Musik, auch bei den Befragungen, Themenbefragungen beim 1 steht weit oben. Also nach den Informationen… Nach wie vor, weil man kann sich heute bei Spotify sein Lieblingsprogramm gratis zusammenstellen und man muss dann nicht die Songs hören, die dann irgendein Musikredaktor für einen zusammenstellt. Ich denke, das ist eben eher was für das jüngere Publikum. Die Älteren machen das nicht oder nur wenig und die schätzen es eben, wenn sie dann das Paket von uns bekommen. Und es ist immer noch so, ganz oben ist wirklich nach Information, Wetter, Verkehr und dann eben die Musik. Also auch beim 1 ist das ein grosses Thema und ich denke, wir müssen eine gute Balance finden. Also es braucht eine Mischung nach wie vor, ein Mix. Du würdest jetzt nicht sagen, man könnte sich vielleicht besser profilieren, indem man sagen würde, SRF 1, das ist der Talksender, SRF 3 ist der Musiksender, Musikquelle gibt es ja auch noch. Weil man hat manchmal das Gefühl, das vermischt sich so. Das Musikprogramm SRF 1 ist inzwischen sehr ähnlich wie SRF 3. Die SRF 3-Hörer sind ja auch älter geworden. Oder sind die jetzt alle bei euch? Nein, eben nicht. Das wäre schön, wenn die wechseln würden. Das ist aber leider nicht so. Man will mit seinem Sender alt werden. Das ist offensichtlich so. Weil Moderatoren, haben ja letztendlich kürzlich jemand gesagt, jetzt sind alle Moderatoren vom 3 sind jetzt beim 1. Oder viele davon. Die Moderatoren wechseln. Es sind einige, ja, das ist so. Also das hat dann durchaus auch mit älter werden, mit einer gewissen Reife zu tun, dass gewisse Moderatoren fanden, wir möchten mehr Inhalt. SRF 3 hat weniger und kürzere Inhalte, auch andere Themen als SRF 1. Und das ist so, dass die Moderatoren durchaus wechseln. Ja, wir haben viele Kollegen vom 3, die bei uns sind. Ich denke aber, beim 1 ist es immer noch wichtig. so diese Balance zu finden zwischen Musik und Talk. Ich schliesse nicht auch, dass in Zukunft das Talkradio noch stärker wird, auch bei uns. Also auch das Debattenradio, wo man wirklich sich um Themen auch zoffen kann. Viele Menschen lieben das, aber nach einer Stunde oder 90 Minuten intensiven Talk ist es dann auch mal gut. Und dann ist es auch schön, mal Musik zu hören. Da muss wieder mal Musik dran sein. Genau. Aber doch mehr Talk als jetzt irgendwie die Privatsender, die ja fast ausschliesslich auf Musik setzen. Ist das nicht gefährlich heute, wenn man ausschliesslich auf Musik setzt? Kann ich mir eben doch vorstellen, weil die Zahl der Leute, die sich eben ihr Musikprogramm selbst zusammenstellen auf dem Handy, die wird doch einfach immer grösser? Bei den Jüngeren wahrscheinlich schon. Aber eben, die Frage ist, wir machen jetzt eher die Erfahrung, dass ab 50 eigentlich sehr viele Menschen doch noch schätzen, wenn auch ein Musikprogramm zusammengestellt wird von Fachleuten oder wenn man Musikspecials zum Beispiel anbietet. Aber klar, heute kann man im Netz alles abholen. Ich denke eben, das Spezielle ist dann wieder, wie man es einbettet, welcher Moderator das moderiert, vielleicht auch die Interaktion mit dem Publikum. Das sind die Dinge, die man nicht ersetzen kann. Du sagst, ab 50, wo ist eigentlich die Eintrittsschwelle für SRF 1? Ist das ab 50 oder gibt es so etwas? Oder was ist das Durchschnittsalter? Also bei uns ist das Durchschnittsalter rund 62 Jahre. Aber wir arbeiten so in den Kötzeln. Das ist fast wie beim Fernsehen. Genau, ganz genau. Für ein Publikum ab Mitte 50, so nach uns erforscht. Wir stellen uns vor in der täglichen Arbeit, was interessiert unsere Menschen, was haben die für Hobbys. Das ist ein wichtiger Prozess, finde ich. Weil alle wollen ja gerne 10 bis 15 Jahre jünger sein, als sie es effektiv sind. Hören Sie da nicht SRF 3, wenn sie 10 Jahre jünger sein wollen? Eben nicht. Wir haben lange gedacht, dass das vielleicht dann funktioniert, dass die Leute von SRF 3 zum 1 wechseln oder vielleicht Jüngere sogar zu SRF 3. Aber man will wirklich mit seinem Sender bleiben und auch alt werden. Was natürlich ein kleines Problem darstellt. Weil der Nachwuchs ja dann immer wieder geschaffen werden müsste. Was macht man, um die Leute, jüngere Leute zum Radio zu bringen? Also hören junge Leute überhaupt noch Radio? Es gibt schon. Also jetzt innerhalb von SRF sind wir ja auch daran, ein Jugendangebot aufzubauen, auch ein Jugendsender mit Virus. Es ist auch beim 1 zum Beispiel so, dass wir auf Facebook schon immer wieder merken, dass wir jüngere Leute auch da haben, die sich dann in die Diskussion einbringen. Also das ist sicher über Social Media eine Möglichkeit, auch für die älteren Sender an jüngere Leute heranzukommen. Social Media ist ein Thema. Was macht jetzt SRF 1 auf Social Media? Muss man da dabei sein? Und wo muss man überhaupt dabei sein? Es gibt ja so viele Kanäle von Instagram über TikTok über Facebook. Wo muss man dabei sein? Und kann man das alles abdecken als Radio-Sender? Nein, man muss auch nicht. Also man muss wirklich schauen, wo die eigenen Leute sich aufhalten. Und bei uns ist das Facebook. Also Instagram ist zum Beispiel, das bespielen wir gar nicht, weil wir wissen, dass sich unser Publikum da nicht aufhält. Es ist schon vor allem Facebook jetzt bei uns. Facebook ist relativ wichtig. Und was macht ihr das? Ihr macht spezielle Dinge für Facebook? Ja. Also es ist nicht einfach so, dass jetzt das Programm oder eine bestimmte Sendung integral da drauf läuft, sondern es sind Ausschnitte. Ja, in der Regel. Also es sind Posts, die wir da machen. Es hat auch schon kurze Live-Diskussionen gegeben, aber eben das läuft dann eben nicht so, wie wir das eigentlich gerne hätten. Also dass man live gleich die ganze Sendung auch noch überträgt? Dass man eins zu eins. Genau. Wir haben auch mit den Personen, die zum Beispiel mit der Talkshow am Sonntagmorgen haben wir einen Versuch gemacht, dass am Schluss der Sendung die Leute eben auf Facebook noch mit den Gästen Fragen stellen konnten und die Diskussion noch weiter lief. Und das war interessant, aber das wäre ein grosser Aufwand gewesen, wenn man da noch mehr, also die Interaktion hätte verstärken wollen. Das war, ja, war einfach ein Versuch. Und persönlich ist ja auch auf, im Fernsehen jetzt gelaufen, jetzt gerade mal wieder nicht. Kommt das eigentlich wieder? Das kommt wieder. Weil das war recht erfolgreich. Ja, das kommt wieder. Das darfst du ja dann immer bei meiner Sendung gleich immer ansagen. Genau. Und jetzt fehlen mir diese Ansagen auf Facebook. Genau. Also du kannst dich freuen, es kommt wieder. Genau. Wir mussten das Budget sicherstellen dafür, aber es kommt wieder. Und das ist ja so ein richtiger Visual-Radio-Versuch eigentlich, wo man versucht, Radio abzubilden oder abzufilmen mit einem minimalen Aufwand. Und da sind wir auch noch am Üben. Aber da wird viel, viel mehr noch kommen in diese Richtung. Und funktioniert das? Funktioniert das, einfach Radio abzubilden? Ich finde das immer irgendwo triss, weil früher habe ich immer gedacht, als ich so klein war, habe ich mir die Radiomoderatoren mir vorgestellt, man hat es eben nicht gesehen und es war eben so ein bisschen geheimnisvoll. Man hat nur die Stimme gehört. Heute ist nichts, alles banal. Alles wird ins Internet gestellt. Man kann sich selbst keine Fantasie mehr vorstellen. Das finde ich alles so ein bisschen traurig. Ja, das stimmt. Ich denke, es funktioniert bei gewissen Formaten. Das sind ja auch Dinge, die wir jetzt ausprobieren müssen. Das ist noch sehr neu. Und beim Persönlich hat es bis jetzt recht gut funktioniert. Das ist natürlich schon eine Sendung, wo ja auch Publikum dabei ist. Wobei im Moment haben wir das Publikum nicht gross einbezogen. Das könnte man noch mehr oder verstärkt machen. Es gibt ja auch bei SRF 3 die Sendung am Morgen, die abgefilmt wird, wo man die Morgenmoderatoren sieht. Und ja, also offenbar wird das genutzt. Aber das ist noch ein Feld, wo wir wirklich jetzt erst am Anfang stehen. Und neuerdings ein anderes Produkt läuft auch wahnsinnig gut, nämlich die Podcast. Wir produzieren ja hier auch einen Podcast. Eigentlich Radio, oder? Klassisches Radio. Weshalb interessieren sich alle Leute jetzt im Moment für Podcasts? Ist das einfach so ein Boom? Ich denke, es ist auch ein bisschen ein Hype im Moment. Und die Zahlen haben sich ja in der Schweiz nicht so entwickelt wie zum Beispiel in Deutschland. Deutschland hat einen riesigen Markt. Auch in den USA sind Podcasts ja viel, viel beliebter. Bei uns ist auch wieder bei vielen älteren Leuten muss man zuerst mal erklären, was ist ein Podcast? Wo kann man den hören? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und es gibt einzelne Produkte, die sehr gut laufen, ja. Aber es gibt auch viele, wo man sagen muss, Affen und Ertrag stimmt überhaupt noch nicht. Weil im Prinzip könntet ihr jede Radiosendung, die ihr habt, also eben, oder das macht ihr ja zum Teil auch als Podcast produzieren. Da hättet ihr alle Podcasts, also persönlich als Podcast oder ich höre zum Beispiel die Samstagsrundschau immer als Podcast. Im Prinzip habt ihr das ganze Podcast-Material, habt ihr schon? Na, absolut. Also ich denke, dass das Publikum von aussen unter Umständen nicht wahrnimmt, ob das jetzt eine aufgezeichnete Sendung ist oder live. Oder ein spezieller Podcast eben. Genau, also ich habe ja auch den Generationentalk gemacht, da warst du ja auch mal Gast in meiner Sendung. Und den haben wir auch eins zu eins linear ausgespielt, wie auch die meisten anderen Podcasts, weil die Produktion ist so lebendig und so authentisch, dass das eigentlich mit Live-Radio sehr vergleichbar ist, ja. Also das kann man gleich auch noch ins Radio stellen, als Podcast aufnehmen und umgekehrt das Radio quasi als Podcast. Genau. Einfach die Interaktion mit dem Publikum ist da auch nicht oder nur schwer möglich oder sehr beschränkt. Und das ist wieder ein Grund, warum man ja auch nicht so viel dann von vorproduzierten Sendungen in einem Live-Sender haben möchte. Aber eben als Podcast, der große Vorteil, man kann es hören, wann immer man will, man kann es zu Hause, gerade eben Audio-Podcasts bei der Hausarbeit oder beim Bügeln oder so kann man das nutzen. Und das wird auch genutzt? Das wird schon genutzt, ja klar. Also das ist der große Vorteil von den digitalen Produkten, dass man die zeitunabhängig nutzen kann. Und das entdecken immer mehr Leute, auch im älteren Publikum, aber die Entwicklung geht sehr langsam. Wir haben mal gedacht, sie würde schneller gehen. Was wiederum ein Vorteil ist für das lineare Radio, weil da dann eben die Nutzung nach wie vor sehr hoch ist und nur langsam rückwärts geht. Das geht sehr viel langsamer, als sich viele Leute immer wieder glauben. Du hast es angesprochen, der Generationentalk hast du gemacht. Das war also ein Podcast mit jemand Älterem, über 60 und jemand Jüngerem. Und das ist eigentlich so eine Art Marktlücke. Das habe ich jetzt sonst gar nie irgendwo gesehen. Jetzt hat das aber gestoppt. Kommt das jetzt wieder oder wie sieht das aus? Wir haben das auch als Versuch gemacht, mal als Pilot, weil wir auch gemerkt haben, das ist eine Marktlücke. Was das Problem war jetzt bei SRF 1, weil wir das ja vor allem über SRF 1 kommuniziert haben, dass wirklich das ältere Publikum nicht weiss, was ist ein Podcast, respektive wo findet man den. Also es gibt schon welche. Aber ich musste meine Mutter auch immer den Link schicken und dann funktioniert es. Und dann ist es natürlich schwierig, auch auf die grossen Zahlen zu kommen, wo dann der Aufwand auch gerechtfertigt ist. Und deshalb können wir uns vorstellen, diesen Generationentalk auf SRF 1 als lineare Sendung zu produzieren. In welcher Form, das schauen wir jetzt. Weil es ist eine Marktlücke. Als lineare Sendung und nachher wieder als Podcast auch. Ja, genau. Umgekehrt. Nicht mehr Podcast in erster Linie, sondern umgekehrt. Sagen wir noch etwas zum SRF 1. Überhaupt, das Radio zieht um. Normalerweise war das ein Brunnenhof in Zürich. Jetzt gibt es den grosse Umzug hier ins Leutschenbach-Zentrum. Was heisst das jetzt konkret? Warum alles im Leutschenbach konzentriert auf einem riesigen Haufen? Ja, das ist eine gute Frage. Die Nachrichten sind inzwischen im Newsroom im Leutschenbach. Die waren früher in Bern. Also dieser grosse Zusammenzug, ab wann wird das passieren und was hat das für Vorteile? Also beim Radio ziehen wir ab Juni um. Sehr gestaffelt, weil ja da verschiedene Radiosender umziehen müssen. Das ist eine grosse, riesige Zügelaktion. Auch technisch anspruchsvoll, wenn man jetzt weiss. Auch technisch sehr anspruchsvoll, genau. Wir ziehen in die sogenannte Radio Hall. Das ist ein Neubau, da wo bisher die Lastwagen von SRF standen. Das wird in eine, kann ich sagen, bimediale oder fast trimediale Radio Hall oder Audio Hall umgenutzt. Weil die Lastwagen sind jetzt im Untergrund in der Garage und jetzt habt ihr Platz für die Radio Hall. Genau. Und der Hauptgrund ist wirklich, dass wir viel vernetzter zusammenarbeiten wollen. Das gibt natürlich eine unglaubliche Chance, wenn alle Radiosender parallel die Studios nebeneinander haben, die Produktionsleute irgendwie zehn Meter voneinander entfernt sitzen, die ganzen Online-Videoproduktionen, alles zusammengezogen ist. Da ist die Vernetzung einfach unglaublich. Also Konvergenz war immer dieses Wort, dieses bekannte Wort. Genau, genau. Und gibt es da auch dann Anknüpfungspunkte zum Fernsehen? Auf jeden Fall. Was ja auch gerade da ist? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt schon viel auch über Projekte immer wieder mit dem Fernsehen, mit euch zu tun. Und wenn man physisch noch näher ist, dann spielt die Vernetzung noch mehr. Dann wird es sicher mehr Kooperationen geben. Also es ist einfach eine riesige Chance, unsere Ressourcen zu bündeln und noch besser zu nutzen, als wir das bisher konnten. Und wirklich auch dies Online-Radio-Videoproduktion an einem Ort zu machen, wo man, ja, das war bisher nicht möglich. Da haben alle auf verschiedenen Stockwerken gearbeitet, an verschiedenen Standorten. Das ist einfach aufwendiger. Und darauf freuen wir uns auch sehr. Also im Sommer ist der Umzug. Und wann geht es dann wirklich los? Wann wird der Schalter quasi umgelegt? Also bei SRF 1 wird das im August passieren. Das ganz genaue Datum weiss ich jetzt nicht. Es gibt aber Sender, die schon vorher von der Radio Hall senden werden. Also ein grosser Umbau. Wir haben schon ein bisschen über die Zukunft zum Schluss noch des Radios gesprochen. Du hast gesagt, Revival. Es wird noch lange Radio geben. Also du hast keine Angst, dass die Frage kommt immer bei den Zeitungen, gibt es in zehn Jahren überhaupt noch eine gedruckte Zeitung? Gibt es in zehn Jahren noch ein Radio? Da würdest du sagen, kein Problem. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, in welcher Form? Es kann schon ganz anders sein von der Form her als heute. Eben vielleicht ist es mehr Talk Radio. Ich glaube auch, dass man immer mehr sich auch spezialisieren muss auf gewisse Angebote, weil UKW wird ja auch abgeschaltet in zwei Jahren, so wie es aussieht. Und dann sind alle auf DAB Plus. Dann kann man wirklich jeden Sender, jeden Genre, jeden Stil hören. Aber es atomisiert das Publikum doch noch mehr. Es gibt dann kein... Dieses Lagefeuer gibt es dann nicht mehr dieses Lagefeuer SRF 1. Das wissen wir noch nicht. Wir werden natürlich versuchen, dieses Angebot weiterhin so attraktiv zu machen, dass wir ein grosses Publikum behalten können. Aber es weiss es effektiv niemand. Das ist ja auch der Grund, wieso wir auch jetzt sagen, wir müssen bereits Mittel umlagern in digitale neue Produkte, dass wir einfach bereit sind für die ganze Entwicklung. Aber wann der Shift passiert, diese grosse Digital Shift, das kann man ja so nicht sagen. Und offensichtlich geht es auch ein bisschen langsamer als alle unsere Medienpäpste, das immer voraussagen. Aber gibt es eigentlich im Radio noch neue Formate? Also ist das Radio nicht einfach erfunden? Nein. Es gibt immer wieder neue Ideen. Also ich denke, da sind die Leute so kreativ. Und auch jetzt haben wir im Abend sehr viele Veränderungen. Es sind auch Formate, die wegfallen werden. Und es stehen bereits neue Ideen auf dem Tisch. Es kommen immer wieder neue Dinge. Also wenn ich zum Beispiel an die Bingo-Show denke, die wir mit Beat Schlatter zusammen machen. Klar, die Bingo-Show gab es schon ausserhalb von SRF. Aber das in ein Radioformat dann zu gießen, das war ein sehr kreativer, auch sehr witziger Prozess. Und wirklich eine neue Idee. Das gibt es sonst so nicht. Gibt es sonst noch ein Format, das wir ankündigen können? Ein neues SRF1-Format oder eine neue Idee, die da kommt? Es wird am Montagabend, wird Mike Lamar, der seine Rätselsendung, dieses Knack und Nuss, das hat es fast 20 Jahre jetzt gegeben, die entfällt bei Veränderungen, die wir im Abend vornehmen müssen. Und er wird am Montagabend seine eigene Musik-Quiz-Sendung machen. Das wird etwas Neues sein. Da sind wir noch dran. Und wir werden auch am Samstagnachmittag ein neues Format spielen. Swiss Made wird in neuer Form daherkommen und wird ein volkstümliches Format ersetzen, das dann voll auf der Musikwelle weitergespielt wird. Das heisst eben, die Volksmusik geht ganz auf die Musikwelle. Ihr macht eher die modernere Musik- und Talkformate. Weil, auch das ist noch wichtig zu sagen, bei uns die volkstümliche Musik nicht mehr gut gelaufen ist. Also die Zahlen waren sehr, sehr rückläufig von der Publikumsnutzung her. Und auf der Musikwelle steigen sie dagegen, was sehr klar zeigt, wo die Interessen liegen. Also das heisst, man muss ganz klar das Zielpublikum eben dort erreichen und nicht mehr über SRF 1. Gut, ganz zum Schluss, Heidi, noch fünf Sätze zum Ergänzen. Also, Service Public heisst für mich? Einordnen, hinterfragen und das Publikum sehr, sehr ernst nehmen, ins Zentrum stellen. Die Stärke von Radio ist? Unmittelbarkeit, Emotionalität, Amplified Moment. In meiner Freizeit höre ich immer? Unheimlich viele verschiedene Podcast-Formate und Blues und Jazz. Mein grösstes Hobby ist? Meditation. Podcasts sind zunehmend erfolgreich, vielleicht auch nicht so erfolgreich, wie man das sich gedacht hat, hast du jetzt gerade gesagt, aber erfolgreich, weil? Sie den Menschen ermöglichen, Themen, die sie interessieren, in einer sehr intimen Atmosphäre zu hören, zeitunabhängig, dann, wann man Zeit hat. Vielen Dank, Heidi, für das Gespräch. Das wäre sehr spannend, was man sich beim Radio für Gedanken macht über die Zukunft, nach Corona zum Beispiel. Sie finden diesen Podcast von ZBV und ZPRG auf unserer Homepage zum ersten Mal, nämlich communicationsummit.ch, aber natürlich auch auf Spotify, Apple, YouTube und überall dort, wo es noch Podcasts gibt. Der nächste kommt zum Cast dann wieder in einem Monat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.